In den letzten Jahren hat der Alter dafür... Luft! Luft! Da haben wir dann ganz extrem mal die Pfeife rausgespielt und die gespielt. Ihr liegt vor deiner... Da hat die Pfeife gespielt. Die Luft weg! Oh weia weia! Aber du musst es in die Köpfe! Egal wie! Zustand frei gehabt! Hauptsache da! Du musst das nicht! Oh weia! Und da waren wir immer Hinner der Eul! Hinner der Eul! Hinner der Eul! Alle katholisch hier! Ja, streng katholisch! Katholisch! Streng katholisch! Ja! Oh yeah! Ich bin so froh, dass ich nicht evangelisch bin! Wir haben noch nichts anderes als arbeiten im Sinn! Als Katholik da kannst du pfuschen! Denn ey, das ist gewiss! Am Samstag gehe ich beichen! Weg ist der ganze... Weg ist! Weg ist der ganze Triss! 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 Ja, hat er ihr gebeischt, hat er erzählt, hat er ihr gebeischt und ich sagte, ihr hätt mal eine Frage, um euch das Geld. Und dann hat er so gesagt, tut es Ihnen leid? Nee, und ich sagte, dann tut mir nicht leid. Dann würdest du es nochmal tun? Ja, wenn ich die Gläser nochmal kriege, dann mach ich nochmal Geld. Dann kann ich dir nicht die Absolution geben. Und ich so, du behalst es.